Hallo Kinder! Was, hallo Mutter? Was kommst du hier einfach so rein? Ich hab Milch und Kekse für euch. Was für Milch und Kekse? Siehst du nicht, dass wir hier gerade ein Diss-Track aufnehmen? Was ist denn ein Diss-Track? Boah, Dissen, Mutter. Wir schreiben was gegen Terrorzone Underground. Wir haben Beef mit denen. Was ist das? Rotette wieder Cannabis? Nee, nee, das ist Kacke. Höhöh, Kacke. Jungs, ihr wisst schon, dass sowas egal ist. Was, Kacke zu rauchen? Du weißt, was ich meine, Erwin? Höhöh, du heißt Erwin. Was für Erwin? Ich bin Prinzkiller. Pam, pam. Terrorzone Underground kann sich warm anziehen. Ihr habt Stress mit Terroristen? Ruf die Polizei! Boah, Mama, jetzt verpiss dich mal. Du hast keine Ahnung von Rap. Ihr müsst die Polizei anrufen, wenn euch Terroristen bedrohen. Was für Terroristen? Das ist ein Rapper. Du hast keine Ahnung davon. Wir leben im Ghetto. Hier gibt's Schießereien. Und Milch und Keksen. Ey, was seid ihr eigentlich für Freunde? Ich meine, ich schreib die ganzen Texte hier und ihr. Ihr macht nur Scheiße, seid ihr an meiner Seite. Ey, chill doch mal, Killer. Was für Killer? Meine Mutter kommt hier rein mit verschüssene Milch und Keksen? Ihr seid nicht an meiner Seite und hörst euch einfach, mach uns fertig. Was soll wir machen? Wir müssen doch irgendwie das Texte schreiben. Jetzt hör mir mal zu, Erwin. Muruk, ist dir aufgefallen? Seine Stimme geht rum. Halt die Fresse jetzt! Ich hab eine Menge Ahnung, ihr Pisser. Jetzt hört ihr mir mal zu und macht den Scheiß-Beat aus. Muruk, was gehört dir dieser Fresse halten? Hey, ihr Hurensöhne, hier ist MC-Mutter Erwin. Du kamst aus meiner Fotze. Zeig mal Dankbarkeit, du Lutscher. Geh mir nicht auf den Sack. Ich fick euch in den Arsch, ihr Bastarde. Sag mir nicht, ich hab keine Ahnung. Ich zahl deinen Unterhalt, du Missgeburt. Boah, wie krass. Ey Mutter, krasse Audio-Tune-Stimme. Willst du unsere Hook machen? Als wenn ich bei eurer Scheiße mitmachen würde. Und jetzt verpisst euch, ihr Penner. Was? Verpissen? Wieso denn? Macht euch raus hier. Ich muss was aufnehmen. Ach ja, und TSU ist geil, ihr Wichser.